Hallo, mein Name ist Matthias Müller und ich bewerbe mich um einen Platz im Herzberger Stadtrat. Denn ich schätze meine Heimatstadt sehr. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich arbeite als Instrumentallehrer, sowohl öffentlich angestellt als auch selbstständig. Viele von Ihnen werden mich sicherlich kennen als Leiter vom Blasorchester Herzberg, mit dem ich in den vergangenen Jahren viele Menschen aller Altersgruppen in Kontakt gebracht habe, sei es aktiv musizierend oder zuhörend. Politische Entscheidungen, auch vor Ort, müssen zukünftig alle auf ihre klimapolitische Wirkung hin untersucht werden. Und dafür benötigen wir gesellschaftlichen Diskurs, also den Austausch miteinander. Und genau das kann Kultur, das können die Vereine vor Ort leisten. Deswegen ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Vereine vor Ort und die Kultur vor Ort zu stärken. Teilnahme und Teilhabe machen resilient und glücklich und hilft anderen. Deswegen bitte ich Sie um Unterstützung und Ihre Stimme am 12. September bei der Wahl zum Herzberger Stadtrat 2021. Sie finden mich auf der Liste der SPD Herzberg auf Platz 13. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.